Die Katharinenkirche ist ein Wahrzeichen der wunderschönen Backsteingotik der Hansestadt Stendal. Sie diente ursprünglich als Klosterkirche eines vornehmen Chorfrauenkonvents. Ausgestattet wurde sie im Jahre 1456 durch eine markkräftige Stiftung und 13 Jahre später wurde sie mit Augustinerinnen besetzt. Heute dient die Kirche als Konzert- und Veranstaltungshalle und lockt viele Künstler in die Stadt. Etwa 50 Veranstaltungen sind es jedes Jahr. Aber auch das bekannte Jahrwort hört die Katharinenkirche häufig im Jahr. Denn sie ist unter den Brautpaaren ein beliebter Trauungsort. Seit 1963 beherbergt das ehemalige Stiftungsgebäude des Altmärkischen Museums mit einer Ausstellung zur Archäologie der Altmark sowie der Stadtgeschichte Stendals und Umgebung. Die Sendung auf dem Beherbergt fcuss auf den Standorte. Seit einigen Jahren liegt der Klostergarten wieder zum Verweilen ein. Untertitelung des ZDF, 2020